Diese wunderbare Decke hier, wie ihr das seht, das ist hier der Frühstücksraum mit ganz tollen Sachen. Hier muss man richtig lange laufen, damit man alles gesehen hat. Jetzt will ich wirklich alles ganz frisch. Hier sind die Früchte, Kompotts, dann ist hier der Tisch mit den Brötchen und viele süße Leckereien, die nicht so mein Ding sind. Dann ist hier der Tisch mit den Brötchen und viele süße Leckereien, die nicht so mein Ding sind.